Herzlich Willkommen zum sechsten Poetry Slam an der Hochschule Bremerhaven. Ich bin in diesem Leben zweimal aufgemacht. Ich will begeistern. Nun nicht so stark, wachen, wachen. Und jetzt wollen wir natürlich mit euch jetzt mal so ein bisschen starten, ein bisschen warm werden. Mal sehen, was heute passiert. Ich will Macht über die Welt, ich will Reichtum und viel Geld und mich armer Künstler nennen. Ein Sommertag, ein Spielplatz, Kinder streiten, weinen, lachen, spielen. Verbotsschilder sind aufgestellt, damit alles sich in Baden hält. Jetzt komm ich mal in meinem Bildungsauftrag als Poet nach. Ach scheiße Mann, ich kann nicht mich motivieren für meine Klausur zu werden. Ich werde verkacken und mein Abi nicht schaffen. Wo sind die Poeten nur, die Gedichte von mir schreiben? Ach, die gibt es nicht? Nun muss mein Ego aber leiden. Und dann möchte ich eure Wertung sehen. In 3, 2, 1 und hoch! Und dann zu unserer Gewinnerin, ein ganz, ganz riesen Applaus für Amnuk. Ich will begeistern mit eigenen Künsten und allem, was ich kann. Ich will verzaubern mit jeder Drehung, jedem Lächeln und jedem Sprung in meinen Gang. Alles, was uns fehlt, die Solidarität. Und das stimmt. Zumindest fehlt sie uns auch. Wir lassen uns von uns trennen und gegeneinander aufhebzen. Lassen Grenzen zwischen uns entstehen. Dabei sollten wir miteinander und hintereinander stehen. Und damit, lasst uns bitte jetzt anfangen. Danke. Vielen Dank.